Normalerweise führen andere Leistungen auf diesem Tabellenplatz und das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn ich sehe, wie harte Jungs arbeiten, wie sie auch in die Spiele immer wieder reingehen und wie sie alles geben. Dann hast du mit solchen Leistungen im Schnitt, musst du natürlich nicht viel, deutlich oben stehen, aber du musst auf gar keinen Fall auf Platz 18 stehen und das macht uns natürlich ein Stück weit schon wütend. Was der Fakt eben bleibt, ist, dass wir auf dem 18. Tabellenplatz sind und tiefer geht es nicht mehr. Und der 18. Tabellenplatz aber, glaube ich, überhaupt nichts aussagt über unsere Leistungen in den ersten Spielen. Von daher ist es natürlich schon eine Ergebniskrise, die wir momentan sehen und die wir natürlich auch sehr ernst nehmen müssen. Aber wir haben großes Vertrauen, dass wir das auch gemeinsam hinbekommen. Ja klar, man guckt auf der Bälle und sieht sich da ganz unten, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich da zu viel Kopf machen soll, weil wir haben jetzt den siebten Spieltag und wie gesagt, ich traue der Mannschaft zu, dass wir eine Serie starten können, drei, vier Spiele hintereinander und dann sieht schon alles ganz anders aus. Das sind Diskussionen, die sie führen. Die Diskussion, die muss ich an mir abprallen lassen. Ich muss mit meinen Jungs arbeiten, mit denen bin ich sehr, sehr zufrieden. Mit den Ergebnissen sind wir überhaupt nicht zufrieden, aber die Diskussionen, ich glaube, da haben sie sicherlich auch Verständnis, die müssen sie ohne mich führen, weil ich habe jetzt noch wichtigere Themen als die Diskussionen mit ihnen zu führen. Also die Mannschaft steht wirklich hundertprozentig hinter dem Trainer, also der geht mit der Saison sehr gut um, sage ich mal. Und da nehmen sie halt viele Spieler mal raus, viele Einzelgespräche, sage ich mal, die wirklich dann auch sehr weiterhelfen. Und ich bin mir sicher, dass es der richtige Trainer für die Situation ist.